Decision to Leave ist ein von Park Chan-Wookin gewohnt betörend schönen Bildern inszenierter Neo-Noir, der die klassischen Versatzstücke des Genres einerseits bedient, ihnen aber andererseits gerade da ironische Brechungen, Fallhöhen und tragische Wendungen gibt, wo sie nicht mehr zeitgemäß erscheinen. Parks Stil mag unverkennbar seiner sein, er ist nie wirklich daran interessiert gewesen, das immer gleiche wieder zu keuen. Selbst die Filme seiner Rache-Trilogie waren immens unterschiedlich in ihrer Beschäftigung mit diesem einen großen Thema und ihnen folgten eine skurrile Außenseiter-Komödie »I'm a Cyborg, but that's okay«, eine Hitchcock-Verneigung »Stoker« sowie ein mit viel Sex angereicheter queerer Erotik-Thriller »The Handmaiden«. Decision to Leave ist das bislang zurückgenommenste, leiseste Werk dieses Ausnahmeregisseurs und kommt weitestgehend ohne eines seiner Markenzeichen, dem ausufernden Zeigen von Gewalt spätestens im letzten Akt aus. Dass er damit nicht so knallt wie Parks Opus Magnum »Old Boy« und nicht wie damals so verstört wie fasziniert zurücklässt, finde ich absolut nicht schlimm, weil durch die Reduktion der altbekannten Mittel das in den Vordergrund rückt, was schon immer da war, aber manchmal ein wenig angesichts der kompromisslosen Inszenierungsweise erst im Nachhinein spürbar wurde. Parks Gespür für Zwischenmenschliches und seine Liebe für Momente, die flüchtig, aber für die Figuren larger than life sind. So ist ihm hier ein Werk gelungen, das deutlich weniger Widerhaken besitzt als seine exzessiven Vorgängerfilme, aber gerade wegen seiner nüchternen, fast storischen Schilderung von ganz großen Gefühlen Fallhöhen kreiert, die ihm einen deutlichen Vorsprung vor allen anderen Vertretern des Genres einräumen. Park Chan-Wook ist und bleibt einer meiner absoluten Lieblingsregisseure und auch wenn ich persönlich die Werke, in denen er Geschichten altgriechischen Ausmaßes erzählt, ohne dabei Gefangene zu machen, vorziehe, ist es auch unbedingt lohnenswert, einen Film wie diesen hier zu sehen, der gerade im Weglassen der ganz großen Klopper die Nuancen transparent macht, die sonst mitunter ein wenig übersehen werden können.